Ein paar kurze Erläuterungen zum durchgeführten Maskenversuch. Hierbei wurde in einem Modellkopf ein im Mund des Kopfes ändernder antistatischer Schlauch eingebracht und an einen Aerosolgenerator angeschlossen. Der Aerosolgenerator mit einer Atomizerdüse erzeugt bei Einsatz geeigneter Substanzen, z.B. die EHS bis Ethylhexylsebazat, in sehr großer Zahl Partikel mit einem mittleren Durchmesser von 0,3 Mikrometer, etwas größer als Viren, die beim Austreten aus dem Mund des Kopfes dann den weiteren Strömungsverlauf anschaulich darstellen. Die EHS wird in der Rheinlandtechnik sehr häufig zur Visualisierung von Luftströmungen und zum Filterleckagetest eingesetzt, ist also ein gängiges Hilfsmittel zur Strömungsvisualisierung. Die Strömungsgeschwindigkeit am Ende des Schlauches entspricht etwa der beim Ausatmen 0,5 bis 1 Meter pro Sekunde. Auch der Druck beim Austritt ist in etwa vergleichbar mit dem Ausatmen. Deutlich kann man erkennen, dass bei Einsatz eines Mund- und Nasenschutzes handelsübliche medizinische Maske zwar die Richtung der Strömung deutlich diversifiziert wird, die Reichweite jedoch insbesondere bei Vorhandensein externer Luftströmungen nicht geringer ist. Ein gewisser Anteil der Partikel kann auch die Maske passieren, der Großteil tritt unterhalb, oberhalb oder seindlich der Maske aus und verteilt sich dann abhängig von der externen Strömungsrichtung rund um den Kopf. Von dem immer wieder in den Medien kolportierten aktiven Schutz anderer kann also, wie man deutlich sieht, keine Rede sein. Ebenso verhält er sich beim Einatmen, da auch hier ein nicht unerheblicher Teil der Atemluft die Maske quasi umgeht. Die Atemluft erfährt oberhalb, unterhalb oder seitlich einen geringeren Strömungswiderstand als durch die Maske und daher keine Schutzwirkung bietet. Aufgrund der Ergebnisse dieses Experiments ist das Tragen von Schutzmasken also vollkommen sinnlos, bei Betrachtung der möglichen gesundheitlichen Risiken durch das Tragen von Masken geradezu kontraproduktiv. bei Betrachtung der Windermusik mit der Schmerzen, auf der Überdeckte Analyse, bei Betrachtung der Windermusik von der Windermusik von der Windermusik von der Windermusik Untertitelung des ZDF, 2020